Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu Crafted Toti Part Nummer 13 und damit auch zum vorletzten Part dieser Serie beziehungsweise ja doch zum vorletzten Part, morgen ist dann der letzte Part, weil wir haben Mittwochabend das heißt wir haben heute Abend noch Zeit die ganzen täglichen SBCs einmal zu machen und die Möglichkeit noch einen Toti zu ziehen da haben wir morgen die Rewards, morgen Abend halt auch nochmal die ganzen täglichen SBCs die wir dann machen können und da auch nochmal die Möglichkeit haben einen Toti zu ziehen das heißt wir haben jetzt ja Pima Daum so 48 Stunden, was heißt Pima Daum, wir haben noch 48 Stunden Zeit einen Toti zu ziehen das heißt die Uhr läuft, wir haben jetzt zwar schon einige Toti Onurable Mentions gezogen kann ich euch auch mal im Hintergrund zeigen, ich habe gestern Offstream 1, 2 noch auf der Konsole gezogen ich habe aber auch welche in der Web App gezogen, die ich nicht habe hier habe ich zum Beispiel, ich glaube das war Trent Alexander Arnold gezogen ja hier zum Beispiel Trent Alexander Arnold gezogen, dann mit R1, hier habe ich glaube ich Harry Kane gezogen kann das sein, ja Harry Kane gezogen also wir haben jetzt schon so diese Standard Toti Onurable Mentions gezogen wie jeder wahrscheinlich von uns aber wir haben noch keine Toti Icon und keine Toti gezogen und das möchte ich in den 48 Stunden jetzt nochmal komplett ausreizen heute im Video werden wir wie gesagt, ich habe ein bisschen was vorbereitet beziehungsweise ich habe halt ein bisschen gegrindet, dass ich genug Stuff im Verein habe deswegen werden wir auf jeden Fall neben den täglichen SBCs auch noch den 88 Plus Basis Thunderstruck oder Winter Wildcard Icon Profi Pick machen dann werden wir ein paar Toti Crafting Upgrades machen ich habe ja versprochen, es wird mindestens 99 da stehen und wir sind sogar schon bei 88 also haben wir jetzt wirklich fast die Hälfte bei 75 haben wir ja die Hälfte geschafft nehme ich auch sehr gut aus da ist mein Ziel auf jeden Fall, dass ich morgen Abend dann beim nächsten Video maximal noch 50 habe so dass ich dann am Freitag noch so 50 Stück davon machen kann und damit wir die wirklich bis zum Ende vom Toti durch haben ja dann sind hier die Spieler SBCs, ich gehe mal zu den Favoriten rüber hier haben wir das 85 mal 3 heute neu bekommen 82 mal 20 haben wir neu bekommen wieder 85 plus Doppelupgrade haben wir neu bekommen und ich bin übrigens off stream dann während ich halt wie gesagt ich habe ganz viele Squad Battles Aufgaben und so fertig gemacht immer wieder Packs bekommen und dann ja habe ich halt diese Toti Crafting Upgrades gemacht und auch die Premium Upgrades von der Premier League die liefen bei mir bisher ja so lala würde ich sagen ist nicht eine blaue Karte rausgekommen deswegen bin ich jetzt nochmal auf die LaLiga Dinger rübergegangen ist bisher aber auch noch keine blaue Karte gekommen ich bin mal gespannt wie das so weiterläuft aber ich habe ja zum Beispiel auch jetzt schon Trend gezogen ich habe Bernardo Silva schon gezogen und so deswegen bringen mir diese Premium Premier League Dinger eigentlich nicht mehr so viel ist natürlich trotzdem immer nice so Rating zu ziehen mit Bernardo Silva und so aber am Ende des Tages wäre es natürlich cooler wenn ich dann nochmal eine blaue Karte aus der LaLiga ziehe zum Beispiel diese Olga kann man da ja ziehen und so weiter und so fort naja das sind auf jeden Fall so die täglichen SBCs die wir heute machen können genug Futter und sowas haben wir dafür wir können natürlich auch Tagesanmeldung Upgrade machen aber ich glaube das bringt uns gar nichts mehr dann können wir die FC Pro Finals Upgrade das FC Pro Open Finals Upgrade machen da gibt es ein 84x4 bin ich auch nochmal sehr gespannt was wir da bekommen und ansonsten ja in den Zielen hatte ich schon geguckt da gibt es glaube ich nichts zu besprechen während ich das aber nochmal ganz kurz hier mit euch jetzt auch ein Video checke könnt ihr euch mal ein Like da lassen habe ich ganz vergessen die 100 Likes sind ja Standard geworden bei den letzten Videos wäre sehr sehr nice und ich bin auch sehr sehr dankbar wenn wir es wieder schaffen könnten könnt ihr auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren um in Zukunft solche Videos dann nicht zu verpassen und ja ihr seht es also Toti Cup muss ich natürlich auch wieder spielen da haben wir scheiße ich habe den Toti Cup verpennt nein ich hätte den Toti Cup heute schon fertig haben können vor 19 Uhr oh no das habe ich verpennt scheiße das habe ich ein bisschen verpennt das zu machen ja gut das war halt wegen den Squad Battles Aufgaben weil ich habe gestern Abend die Zeit genutzt um Squad Battles zu grinden und da die Aufgaben fertig zu machen die Jahresrückblick Dinger hier die habe ich halt alle fertig da hat man ja auch immer Packs und sowas bekommen aber dadurch habe ich das vergessen scheiße ja Toti Crafting Upgrade machen wir noch wöchentliche themenbezogene Teams neu gekommen stimmt nicht ganz richtig gewesen es ist was neu gekommen und zwar das das werde ich auch wieder Offstream fertig machen das sind halt insgesamt glaube ich wieder drei Spiele falls ich da schon Post gefunden habe blende ich euch das ein falls nicht ja joint einfach gerne der kostenlose WhatsApp Trading Gruppe da werde ich das dann rein posten wie man die Teams am besten gestaltet aber eigentlich ist es ja ganz easy ne du kannst zum Beispiel am Anfang vier Serie A Spieler nehmen dann kombinierst du das mit drei Eredivisenspielern dann bist du bei sieben dann nimmst du nochmal drei Liga Portugal Spieler oder du nimmst halt dann jeweils nochmal zwei NWSL Spieler und zwei Liga F Profis zum Beispiel das geht natürlich auch da hättest du hier mit vier plus sieben sind genau elf so das würde gleich am besten ich glaube man muss immer eins von ganz oben nehmen also eins mit vier eins mit drei und dann noch jeweils zwei mit zwei und dann am Ende ja bleibt halt irgendwie einmal einer übrig oder so das kannst du dann vielleicht nochmal in Squad Battles in Rivals oder sowas mit einbinden das geht glaube ich relativ easy ja aber Toti Pokal müssen wir auf jeden Fall grinden ein Toti Tagesspiel Komplettpaket das werden wir jetzt auch fertig haben was auch sehr nice das klingt auch nochmal ein 84 mal 4 und 85 mal 3 und ansonsten Toti Champions Bonus ja das bringt uns halt leider nichts mehr obwohl doch stimmt warte mal doch das bringt uns schon was weil wir die Spiele ja vor Freitagabend machen können das heißt man muss Weekend League eigentlich vor Freitagabend grinden so 10 Quali Spiele sind wir bei 35 und dann nochmal 20 Weekend League Spiele wären wir bei 55 und wir brauchen nur also wir müssen 15 Spiele vor Freitagabend machen und dann in den Finals auf jeden Fall ja so möglichst mindestens 14 Spiele dann auch gewinnen damit wir immerhin bis hier kommen ich glaube bis 30 und 35, 40 und so werden wir nicht mehr schaffen also nicht vor dem Toti jetzt auf jeden Fall aber das hier oben kann man ja noch schaffen also 50 Spiele kann ich noch voll machen safe das sind halt genau ja also 15 Weekend League Spiele im Finals und 10 Quali Spiele 15 Siege mache ich auch voll 20 auch voll 25 auch für 30 müsste ich halt 19 0 holen also das wird glaube ich nichts dieses Wochenende aber das sollte auf jeden Fall machbar sein das werde ich auch versuchen vor Freitag zu schaffen und das sind halt übrigens auch die Sachen weshalb ich das hier gerade erwähne dass ihr die halt natürlich auch bestmöglich macht Rivals muss ich noch ein bisschen grinden das sticht sich halt wieder mit dem Toti Pokal da muss ich auf jeden Fall auch nochmal Gas geben ich finde ich checke immer nicht wann diese Rivals Aufgaben rauskommen die kamen glaube ich vor zwei Tagen so völlig random raus ja weiß ich nicht ob ich das noch schaffe also zwei Spiele ja fünf Spiele auch aber ob ich da nochmal die elf Spiele schaffe weiß ich nicht und mit den Siegen musst du halt auch elf Siege fertig machen ja mal schauen was ich da in Rivals noch reißen kann das wird glaube ich ein bisschen zu viel und ja bei diesen Rivals Aufgaben sind wir mal ganz ehrlich die Belohnungen da sind die jetzt auch nicht so krass für zwei Spiele ein Jumbo Premium Gold Pack hier ein Jumbo Premium Gold Pack 82 mal 2 ist ganz cool sind aber halt auch elf Spiele ja und bei Division 5 oder Division 7 ich bin Division 4 glaube ich das heißt ich müsste jetzt noch bis Division 3 kommen das wird glaube ich nichts deswegen das kann ich eh abschreiben und hier kriegst du halt ein 80 mal 10 und ein 83 mal 2 ja kann man also ist natürlich nice to have aber das wird jetzt glaube ich einfach zu viel ich grinde voll viel jeden Tag wie kann das sein dass ich da so gar nichts habe das ist irgendwie alles zu viel ein bisschen finde ich zum Grinden aber zu viel gibt es eigentlich nicht will ich mich gar nicht beschweren ja Transferlistentechnisch kaufe ich heute nichts großartig nach ich habe hier nur Rating auch gerade aktuell nachgekauft heute und das lief sehr sehr gut also so dieses Vormittags tagsüber einkaufen und dann anbieten dass das zum 19 Uhr Content ausläuft läuft überragend guckt euch das an ich habe die alle für 15, 16 K geholt die 86er Special Karten weil die 86er ja extinct sind das heißt ja die 86er kannst du halt gerade gar nicht kaufen Special Karten natürlich schon und die haben ja auch eine höhere Price Range das mal als kleiner Trading Tipp am Rande aber ich werde wie gesagt dasselbe halt einfach morgen machen zu den Rivals Rewards denke ich mal irgendwie 86er einkauft vielleicht ein paar 85er und so je nachdem ihr seht ja hier auch ein 85er hat sich verkauft 83er hat sich verkauft mal schauen was ich da so einkaufe werde ich dann auf jeden Fall in die VIP Trading Gruppe reinhauen vielleicht auch den ein oder anderen Spieler in die kostenlose Trading Gruppe und ansonsten können wir dann jetzt eigentlich rüber gehen zum SPC Content das heißt ich werde die Daily Challenges machen ne tägliches Gold Upgrade tägliches Bronze tägliches Silber Upgrade und so weiter das alles öffnen und durchspielen und dann können wir eigentlich mal schauen ob wir dann schon die ersten dicken Packs haben und sonst machen wir dann die ersten dicken Packs fertig achso und während ich hier gerade die täglichen SPCs mache mache ich natürlich wie immer auf der Web App kann ich auch nur jedem der das noch nicht von mir kennt wärmstens ans Herz legen weil es einfach viel 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 schneller geht und das ist ja jetzt auch nur eine kurze Sequenz die ihr seht weil ich einfach noch kurz was sagen will und zwar ich habe aus dem einen Hero Pick den habe ich auch noch gemacht weil ich halt wirklich durch das ganze Grinden durch die ganzen Packs ein oder andere Duplikat gezogen habe und nicht wusste wohin damit ich habe ja gestern schon gesagt dieser Hero Pick ist zwar an sich scheiße aber er ist halt relativ nice um Duplikate zu recyceln gerade so 83er 84er 85er und deswegen habe ich ihn nochmal gemacht und ja war dann auch so uneigen oder ich war sehr eigen nicht uneigen und uneigen wäre hätte ich es aufbewahrt aber ich wollte einfach öffnen weil ich dachte das ist eh scheiße so jucken nicht den jetzt aufzubewahren weil der Pick halt dann auch die anderen Packs verhindert hat so da hätte ich halt diese ganzen Upgrade Packs und so nicht weitermachen können deswegen habe ich den Pick dann einfach geöffnet und ich habe Bombastor gezogen also diese Sonja Sonja Bombastor UCL Karte die kostet 200k und ich habe auch ein paar Mal gegen sie gespielt auf jeden Fall ich habe auch schon ein paar Mal mit ihr gespielt in einem Draft oder so zum Beispiel und ich muss sagen wirklich eine sehr sehr nice Karte ich habe ja aktuell die ganze Zeit Battscher immer als Linksverteidigerin gespielt die hat bestimmt auch schon ihre 3, 4, 500 Spiele auf dem Buckel deswegen vielleicht auch ganz cool so eine andere Karte mal zu spielen also ich werde auf jeden Fall Bombastor da jetzt mal zocken und dann mal sehen was die für einen Job auf der linken Seite macht und zur Not kann ich halt wieder Battscher spielen aber dass ihr da Bescheid wisst ich habe den Hero Pick einfach gemacht so um halt Sachen zu recyceln und habe da dann sogar einen relativ nice Spieler draus gezogen und während ich so ein paar Kackpacks hier einfach schnelle Welle weg öffnen wollte habe ich tatsächlich ein 84er Duplikat gezogen deswegen dass ihr euch gleich nicht wundert woher das Pack kommt ich werde das 84er Duplikat denke ich mal jetzt hier 86er Team ist schon teuer ich glaube ich werde den 84er dann einfach in 85 plus Doppelupgrade reinhauen ich glaube das macht ja das macht safe am meisten sind safe oh und wo ich mich gerade eingeloggt habe habt ihr es gerade noch gesehen? habt ihr das gerade noch gesehen? wir haben das nächste Event stimmt das kann ich auch mal kurz erwähnen und zwar das nächste Event am Freitag wird Road to the Final habe ich das hier irgendwo drauf? ja hier Road to the Final das heißt ja so wie Road to the Knockout Stages das Event gab es ja schon gibt es dann ein Road to the Final Event da gibt es immer sehr 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 krasse Karten wenn ihr da auch alle News und so bekommen wollt wie gesagt werde ich gerne bei Twitter teilen können da ein Follow da lassen für die Leute die Bock haben dem WhatsApp Trading Channel da zu joinen das ist kostenlos einfach Link in der Bio raufklicken und dann beitreten und dann kriegt ihr da immer alle News und die VIPs werden natürlich auch alle News bekommen weil es da dann auch natürlich Trading Tipps zu gibt weil ich glaube dass Freitag vielleicht nochmal die Team of the Years und auch diese Toti On Your Able Mentions Karten nochmal günstiger werden könnten also ich hoffe es zumindest dass sie günstiger werden weil Road to the Final Karten sind nochmal sehr sehr krasse Karten muss man sagen also es sind eigentlich immer Banger Karten wer weiß was EA wieder daraus macht eigentlich sind es Banger Karten und ich bin sehr gespannt was dann Freitag für ein Event auf uns zukommt ich werde jetzt wie gesagt nochmal kurz diese Pille Palle Packs hier einfach kurz schnell weg öffnen dass wir wieder unsere Goldspieler im Verein ein bisschen auffüllen und dann können wir gleich weiter machen dann würde ich sagen machen wir als allererstes das 85 plus Doppel Upgrade fertig wobei es eigentlich sogar schlau gewesen wäre wenn ich mit dem 82 mal 20 anfange ich glaube ich fange sogar mit dem 82 mal 20 an und dann werde ich das öffnen und dann die Spieler von diesem wirklichen Kackpack zumindest bei mir ist es immer ein Kackpack werde ich dann benutzen für das 85 mal 2 und 85 mal 3 das macht ja eigentlich mehr Sinn und guck mal wie viele Infos ich auch gecraftet habe also ich habe ein, zwei auch gezogen aber ich habe auch ein bisschen ich habe auch ein bisschen gecraftet mir nass dass ich hier ein bisschen vorankomme und ein paar Infos im Stifel habe damit ich hier easy peasy solche SBCs machen kann ist nur die Frage ob ich jetzt genug Goldspieler habe um diese SBC überhaupt zu machen boah es wird ne ich glaube es wird nicht mal reichen ich glaube ehrlicherweise dass das nicht mal reichen wird für ein 85er Team ne das reicht nicht für ein 85er Team das heißt ich muss mir jetzt wahrscheinlich sogar irgendwie eine 87er Special Card oder so noch mit hier reinklatschen das ist halt wegen dem Icon Pick ne Icon Pick habe ich halt schon zwei SBCs gemacht macht sich dann halt auch relativ schnell im Verein bemerkbar ja aber guck mal das geht doch mit zwei 87ern regelt sie dann 87er Touram ist eine Special Card die kann ich mir jederzeit kaufen falls ich Bock auf sie habe und Vlauvić habe ich auch Untrade gezogen gehabt kann ich also auch hier reinhauen ne perfekt da haben wir die 85er SBC doch easy geschafft und 83er SBC sollte für mich eigentlich kein Problem sein 82 mal 20 das Pack aus dem ich bisher glaube ich gefühlt noch keinen einzigen Walkout hatte könnte mich heute zu meiner ersten blauen Toti Karte führen und nein es führt mich wie immer nicht mal zu einer blauen Karte aber diesmal immerhin zu einem Walkout zu einem Big Walkout sogar 89er ne ja das ist okay sag ich euch ehrlich zwar nur einer keine zwei aber 1,89 jetzt so ein bisschen 85,84 wäre geil 85 oh und in Form 85,84 ja okay endlich mal 82 mal 20 was okay ist das ist jetzt auch nicht krass versteht mich nicht falsch aber ist okay I take that man I take that 85 plus Doppel Upgrade Nummer 1 ist fertig und mir ist gerade aufgefallen ich werde glaube ich das 2 sogar direkt hinterher machen weil 85 plus Doppel Upgrade ist ja perfekt das ist so eine SBC die müsste unendlich wiederholbar sein weil du kannst 83er da reinpacken 84er und so da reinpacken das ist eigentlich die perfekte SBC zum recyceln wenn du halt so 83er 84er ziehst ja schade dass du die halt alle zwei Tage nur zweimal machen konntest aber nehme ich heute auf jeden Fall mit ne so EA Sports ich würde auch ganz gern noch das 85 mal 3 machen und auch eigentlich gern so den Icon Pick fertig machen das würde nicht ganz so einfach wenn ich nur so low rated stuff ziehe erstes 85 mal 2 ist Barella hoffentlich Doppel Walkout bitte no way 86er und 85er genau sowas ja okay in Form ist sogar fein rettet das Pack noch ein bisschen ich weiß in Form sind auch nicht mehr so krass teuer und so aber es ist immerhin in Form nicht ein normaler 85er aber zweites Pack muss deutlich besser sein oh mein Gott Deutschland ZDM Bayern München nee oh es ist Kimmich boah ich hatte gerade gar keine Ahnung wer das sein kann aber es ist kein Doppel Walkout und ich dachte gerade nicht mal ein Walkout irgendwie das gerade für Walkout muss die Zahl direkt da stehen aber es ist ja nur bei Doppel Walkout ja 88er boah es sind schon echt sehr ranzige Packs die ich hier hinterher geworfen bekomme kann sein ich schaffe den Icon Pick nicht und muss den Offstream machen für morgen vorbereiten kann sein vielleicht ich werde gleich noch mal ein paar Toti Crafting Upgrades und so hinterher hauen fürs Video für euch Männer wie gesagt falls ihr es noch nicht gemacht habt lasst deswegen gerne mal ein Like da aber wichtiger ist jetzt erstmal dass ihr das 85x3 Pack hinbekommen das sollte aber eigentlich mit dem 88er und so klappen hoffe ich mal ich hoffe da macht ihr jetzt keine Faxen vor allem ich kann ja auch noch ein Inform reinhauen da habe ich glaube ich auch noch ein 85er 86er Inform ich schaue mal Alter was redest du ich habe sogar noch jetzt Casemiro reingepackt Broberry 85er Inform den wir gerade aus so einem Gammelpack gezogen haben und das reicht nicht für ein 86er Team krass hätte ich nicht gedacht gut dann muss ich noch weitere Geschütze auffahren tatsächlich jetzt noch wieder eine Special Card hier mit reinhauen na so die Frage welche und ich glaube ich gehe sogar mit Ederson weil Ederson ist auch aktuell Ratingpreis und dann könnte ich mir vielleicht guck mal kann ich mir sogar in Kimmich sparen und ich habe eh Lurie im Tor Ederson juckt mich eigentlich wirklich überhaupt nicht und dann mache ich es glaube ich lieber einfach so ich glaube es ist der bessere Weg dann kann ich vielleicht noch 85er sparen leider nicht vielleicht noch ein 84er sparen leider auch nicht okay gut da haben wir immer das 85x3 Profis Pack und wenn wir jetzt hier blau ziehen dann ist Ederson auch eigentlich scheißegal ist ja eigentlich scheißegal dann ob wir Ederson abgeben oder nicht ich fand Lurie wie gesagt eh besser und dann muss jetzt einfach nur das 85x3 Angreifer Pack bitte ein 86er Team Jungs denkt immer daran wenn ich jetzt dieses Pack öffne ein 86er Team habe ich abgegeben oh es ist glaube ich unmöglich kommentiert mal wenn ihr daraus hattet ich glaube es ist unmöglich Totis daraus zu ziehen ich glaube es ist real talk unmöglich 87er okay Doppel Walkout mit 88 okay 87, 88 okay aber ich habe mich auch abgegeben habe ich auch abgegeben irgendwo habe ich auch abgegeben drei Walkouts okay besser ist es besser ist es es ist zwar nicht gut aber es ist okay es ist noch im Rahmen es ist nicht so dass ich sage oh es ist komplett Arschritze aber schon scheiße nächstes Pack auch wieder kein Blau und dann ist die letzte Chance jetzt eigentlich ja gibt es eigentlich nicht ich muss jetzt Crafting Upgrades ballern und dann hoffentlich noch ein bisschen Rating zusammensammeln weil ich hier auch noch ein 86er Team abgeben muss für den Icon Pick und ich weiß ehrlich gesagt nicht ich versuche wirklich jetzt nochmal alles in Kraft zu setzen das Toti Crafting Upgrade hier mindestens achtmal zu machen dass ich das extra Pack von der Belohnung bekomme kann aber sein dass ich halt erstmal spielen muss morgen Rivals Rewards und so und dann den Icon Pick fertig machen kann und dann könnte ich ihn aber zumindest morgen fürs Video vorbereiten aber ja ich besetze jetzt hier einfach mal einen Cut und gucke mal wie weit ich komme mit den Crafting Dingern nein so close ich glaube ich habe noch zwei Stück ja zwei Stück das heißt ich werde jetzt kurz mal die Packs hier weg öffnen die ich schon mal fertig gemacht habe dann kriege ich ja daraus Rare Spieler dann kann ich hier Rare Spieler nutzen um ein, zwei Mal dieses Premium Upgrade zu machen in den Premium Upgrades gibt es ja immer sieben Rare Spieler oh ne ist der Inform stark und mit den Rare Spielern mit den Non-Rare Spielern meine ich natürlich kann ich dann hoffentlich noch zweimal genau das Upgrade machen scheiß mir fällt auf ich habe die ganze Zeit glaube ich gar nicht gesehen was ich hier gemacht habe ihr hättet einfach die ganze Zeit Black Screen und hab gar nicht gesehen was ihr auf der Web App gemacht habt fuck das kann ich jetzt nicht zurückspulen scheiße aber ich habe ja gesagt was ich gemacht habe also sollte das meiner Meinung nach eigentlich passen für euch und ich kann hier echt viele von diesen Premium Dingern noch machen Baldy und wer war da noch da noch Palazon Camacho oder so aber ich kann hier wirklich einige von diesen Premium Dingern noch fertig machen krass die sind halt mittlerweile so kacke dass ich sie gar nicht mehr auf der Konsole aufmache so weil ich denke ja okay blau fürs Feeling wäre geil auf der Konsole aber aus den Dingern ich habe nicht eine bei den Premier League Dingern bei diesen Dingern ich habe nicht eine blaue Karte daraus bisher gezogen nicht eine einzig ich habe wirklich schon viele auch gemacht Real Talk ich habe wirklich nicht wenige davon gemacht aber irgendwie scheppert es bei mir gar nicht rein mit denen wirklich gar nicht ich gebe jetzt teilweise sogar schon 82er ab ich so am Rand der Verzweiflung bin ich einfach schnell die Packs öffnen will und irgendwie noch möglichst ein Toti mitzunehmen das ist echt krass so 10 von den Upgrade Packs sind fertig das heißt wir kriegen die nächste Belohnung Toti Crafting Upgrade bitte lass ein gutes Pack sein nee Digga Premium Gold Profis Pack scheiße das wird uns gar nichts bringen ich habe keine Non-Rares mehr im Verein kaum noch Rares also nicht mehr sonderlich viele und das war somit glaube ich tatsächlich das letzte Pack für heute und ich kann das Icon Pick was ist das denn Grundlagen 6 nee aber ich werde den Icon Pick glaube ich dann erst machen wenn ich die Toti Tagesspiele wieder gemacht habe Rivals Rewards habe und 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 da gibt es ja wieder ein paar neue Aufgaben ich werde grinden werde den Icon Pick aber dann glaube ich ja mal schauen kommt drauf an ob ich morgen streamen oder nicht werde ich den dann morgen entweder im Stream aufmachen oder abends im YouTube Video muss ich nochmal schauen werdet ihr aber trotzdem wahrscheinlich zu sehen bekommen morgen in einem Video deswegen würde ich sagen bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend einen wunderschönen Tag bleibt gesund viel Glück vor allen Dingen noch falls ihr auch kein Toti gezogen habt ich bin mir sicher ich werde noch einen ziehen ich werde noch einen ziehen wir bleiben bis zum Ende dran ich hoffe ihr auch bis dahin hoch rein und ciao ciao bis zum nächsten Mal Vielen Dank.